Die Credit Suisse hat geholfen, der Gruppe DSN das Kapital zu beschaffen. Der Gruppe DSN gehören die Firmen PT Mal und PT Rimba Utara an. Beide bedrängen die Dörfer im Bezirk Embolahulu, Westkalimantan, Indonesien. Marcelus Alek vertritt die organisierte Jugend im Dorf Ulak Pauk. Wie die Mehrheit der Jungen war er zuerst offen gegenüber den neuen Ölpal-Firmen, denn er hat auf den wirtschaftlichen Fortschritt gehofft. Nachdem er die irreversiblen Schäden an der Umwelt und das skrupellose Vorgehen der Plantagenfirmen sah, kämpft er nun gegen sie. Die Firma PT Mal kam hierhin, ohne die Bevölkerung zu informieren, ohne die Zustimmung einzuholen oder das Vorgehen zu erklären, wie die Firma hier arbeiten würde. Was noch schlimmer ist, in der Gegend verletzen sie die Rechte der Bevölkerung, weil auch die Dörfer im Gebiet ihrer Plantage stehen. igung корпum bei Böck! Gämmert Die Trainer